Oh mein Gott, ich habe R9 Moments, was, was, oh mein Gott, was, ich kann nicht mehr, ich kann nicht mehr, das ist das krasseste Roulette, was ich jemals gesehen habe, ich habe R9 Moments. Nochmal der Eiken, was, was, Eiken, oh mein Gott, Eiken, Digga, Digga, oh mein Gott, 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 was, oh, geil, nicht wirklich, oder, ne, das glaube ich jetzt, was, was, Digga, es ist verrückt, es ist verrückt, mach diese Pics. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, ja, mein Tipp ist der 15. April, oh mein Gott, so, ach so, das nebeneinander, weiß ich ja nicht, ne, weiß ich ja nicht. Mal schauen, ob wir erst Bilder oder erst Ronaldo ziehen, der ist ja direkt, der Marius im allerersten Pick, easy, jetzt kann Ronaldo ja noch kommen, Nummer 2, Junge, was für kranke Rewards, Alter, Nummer 3, einfach zweimal den besten Spieler der Welt und Cristiano Ronaldo, so gut. Es gibt ja keine anderen, okay, Freunde, 5, 4, 3, 2, 1, Digga, oh mein Gott, das ist Digger, es ist krank heute, es ist absolut geisteskrank, was hier abgeht. OHHHHH I'M OWEEN I'M OWEEN I'M OWEEN I'M OWEEN OH MY GOD What the hell? Thomas Thomas Müller Pow 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 Vamos, Vamos, Vamos Tommee Tommy Oh mein Gott! Oh, Gaucho Ronaldinho! Oh, Meister! Milito Reiner, jawoll! Oha! Da kommt jetzt ein... Ein Furfter raus. So sieht das aus. Ich bin's! Tim! Endlich! Ja Bruder, FIFA ist nicht tot. FIFA ist tot für diejenigen, die mit dem Hype gehen. Aber nicht für diejenigen... Oh! Oh! Die Natale! Die Natale! Nein, ich bin nicht... Nein! Quaggiarella oder wie der heißt! Nein! Die schlacht die Natale! Wenn wir das Ganze лучше trinkt haben! Stück! 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 Stück!